Okay, jetzt Fill-In von Oh Darling. Funktioniert so. Erstmal läuft immer die Bass drum durch mit dem Grundbeat. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist auf jeden Fall klar. Das heißt, das muss erstmal gehen. Der Fuß läuft durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das gibt die Struktur auch für die restliche Band und ist übrigens etwas, was total hilft, wenn man Fill-In spielt, dass irgendwo der Beat durchläuft. Auch für die restlichen Spieler. Okay, als erstes kommt drüber gespielt, auch der Beat. In dem Fall mit Hi-Hat und mit Snare. Wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles gleichzeitig. Dann wird verdoppelt. Das klingt sehr virtuos, was da passiert. Wenn man mal genau hinhört, sind es eigentlich nur Achtelnoten. Das heißt, die rechte Hand läuft mit dem Beat und zwischendrin läuft dann die linke Hand. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Was es schön macht, ist Verteilung. Das heißt, es klingt nicht einfach nur ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sondern es ist eben genau dieser Schnittpunkt zwischen neuer Rockmusik, heute würde man das eher komprimiert spielen, und diesem alten, schäßigen Ansatz. Deswegen ist diese Zeit, diese 20 Jahre, 60er, 70er, auch so interessant, weil die Leute quasi eben nicht so klar sind, was sie da machen. Und gerade Ringo Starr ist überhaupt nicht klar, was er macht. Er spielt klare Einheiten. Es ist energetisch klar, es ist musikalisch sehr klar, bedient die Musik, es ist sehr musikalisch gespielt. Aber es ist nicht so ganz klar, was er da eigentlich macht. Es würde keinen Sinn machen, genau das so aufzuschreiben. Aber was er spielt, ist Achtelnoten, und die sind verschieden verteilt. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du-du-bu-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Und genau das üben wir jetzt gleich mal. Bassdarm durchlaufen lassen. Und 6 im Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. und dann einfach Achtelnoten verschieden verteilt übers Tram-Set. Das ist das Erste, was wir gleich machen. Ich gehe mal davon aus, der normale mit den Vierteln, das geht. Und dann kommen die Triolen. Der Aufbau von dem Fill-In ist immer so. Ein Takt mit dem Beat, dann verdoppelter Beat, ein Takt und dann kommt der dritte Takt triolisch. Ganzer Takt Triolen und der vierte Takt ist dann der Abschlag. Entweder das, das hört ihr dann im Song, oder wenn es in den B-Teil geht, ist es nicht der Abschlag, sondern es ist nochmal ein kompletter Takt. Triolen hinten dran. Nächster Teil. Oder eben hier auf die Eins. Auf den vierten. Und bei den Triolen ist es auch so, wild verteilt. So, ich mache es mal ein Takt, Achtel und das wäre die Tapas-Übung. Ein Takt, Achtel, ein Takt, Triolen. Und dazu ist immer die Bass-Tram in sechs. Viel Spaß. Erstmal nur auf der Snare und dann Adlib verteilt. Bitte auch Adlib verteilen. Das ist die Übung, unabhängig davon, ob der Song so gespielt wird, sondern einfach für euch. Eintakt, Achtel, Eintakt, Triolen im Sechser. One, two, three, four, five, six. Und jetzt bist du ein Takt, Achtel. Time, attitude und tamin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020